Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ja, worum soll es heute gehen? Es geht darum, die Unterschiede der verschiedenen Kompressorkühlschränke sich mal zu beleuchten und den richtigen Kompressorkühlschrank für sein Fahrzeug zu wählen. Und da haben wir zwei Arten hier, die wir im Prinzip im Betrieb hatten oder haben und konnten einige Erfahrungen damit betreiben und die wollen wir natürlich an euch weitergeben. Aber das erfahrt ihr alles nach dem Intro. Wie ich jetzt schon gesagt habe, wir haben hier zwei verschiedene Arten von Kompressorkühlschränken, also was heißt Arten, Bauarten, sagen wir es mal so, die sind ein bisschen anders gebaut und darauf gilt es darauf zu achten. Und zwar einmal haben wir hier auf dieser Seite, das ist zu meiner linken Seite, der Dometic und zwar der MDC 090K. Dieser ist bei einigen Fahrzeugen verbaut und hat auch eine Leistung von 45 Watt. So, 90 Liter Größe, also auch relativ groß. Die sind beide fast vergleichbar. Der hat hier 85 Liter, also das heißt 5 Liter ist der kleiner, dafür aber mehr Leistung. Und der andere Kühlschrank, das ist ein Kühlschrank von Wemo, das ist eine Schweizer Firma, die diese Kühlschränke herstellt. Die kümmern sich um die Kompressorleistung, also mobile Kühlung, so heißt das Ganze auf der Seite. Ich habe gesagt 85 Liter. Wir haben eine Leistung von 70 Watt statt 45. Und ja, ansonsten ist das das Modell, jetzt muss ich selbst einmal gucken, und zwar ist das der Wemo 85 N. Das N steht hierbei für Eisfach, denn Eisfach ist uns sehr wichtig. In unserem Fahrzeug, und zwar dem Malibu Van 600 dB Charming GT, also mit Skyview, haben wir den Dometic vorher verbaut gehabt. Dieser wird ja so nicht mehr hergestellt. Viele von euch haben diesen Kühlschrank noch. Und ich habe so einige gefragt und auch einige andere Kollegen und Wohnmobilbesitzer gefragt, wie läuft eigentlich dieser Kühlschrank? Wie zufrieden seid ihr mit dem Kühlschrank? Viele haben zu mir gesagt, ja, er hat einen großen Energieverbrauch, aber irgendwie kühlt er. Gut, dann habe ich mir gedacht, gut, warum kühlt er eigentlich bei uns nicht so gut? Oder warum kühlt er gewissermaßen in einem Malibu Van nicht so gut? Ja, dann ist mir die Frage gekommen, vielleicht sollten wir uns mal einen neuen Kühlschrank anschaffen. Und auf der Messe, und zwar der CMT in Stuttgart, habe ich den, ja, ich weiß nicht, ob das der Inhaber war, zumindest einen sehr, sehr fachkompetenten Mitarbeiter der Firma Wemo getroffen. Die haben mir dann mal ein bisschen erklärt, wie eigentlich so ein Kühlschrank funktioniert. Und das ist ganz interessant, denn der Kühlschrank ist im Prinzip so aufgebaut, dass er kühle Luft haben muss außerhalb des Kühlschranks, um dann auch vernünftig zu arbeiten. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass nicht nur die Wärme von diesem Kühlschrank weg kann, sondern auch dafür sorgen, dass der Kühlschrank nicht warme Luft anzieht, sondern kühlere Luft. Und mit dem Thema werden wir uns heute hier ein bisschen beschäftigen, denn ich habe hier ein tolles Beispiel dafür, dass dieser Kühlschrank mehr und besser für den Einbau unterhalb im Fahrzeug geeignet ist. Und dieser Kühlschrank hier ist auch dafür geeignet, um in höheren Lagen, also das heißt, unten haben wir vielleicht einen Kleiderschrank, wie wir das in unserem Malibu Van haben, und oberhalb haben wir den Kühlschrank. Und dafür ist dieser hier besser geeignet. Warum ist das so? Das Ganze hat was damit zu tun, und zwar mit dem sogenannten, jetzt muss ich es mal sagen, ich weiß es gerade nicht ganz genau, der Kondensator oder der Verdampfer, aber ich glaube, das ist der Kondensator an dieser Stelle. Und zwar sitzt der hier. Jetzt könnt ihr das wahrscheinlich nicht ganz sehen. Auf der Seite, da müssen wir die Kamera mal noch mal ein bisschen drehen. Hier ist der Kondensator, das heißt, ihr habt dort Leitungen, die dafür sorgen, dass die Wärme im Prinzip abgetragen wird. Also, wir holen die Wärme aus dem Kühlschrankinneren raus, bringen sie nach außen über die Kompressorfunktion auf diese Seite des Kondensators, und dort wird dann dementsprechend im Prinzip die Wärme wieder abgegeben. So, und wenn das nicht gut funktioniert, weil wir hier in diesem Kühlschrank sozusagen den Kompressor schon ganz oben im Fahrzeug haben, denn was passiert in einem Auto, gerade im Sommer, es ist oberhalb im Auto sehr, sehr warm. Und wenn es halt sehr, sehr warm ist, haben wir das Problem, dass die Wärme nirgends wo hin kann, und wir kriegen aber auch keine kühle Luft dazu. So, das heißt, ich müsste hier jetzt einen Schlauch anschließen, der dann im Prinzip, hier ist so ein Gebläsemotor drinne, und da müsste ein Schlauch dran sein, der dann dafür sorgt, dass von woanders die kühle Luft hergeholt wird. So, das ist hierbei nicht möglich, weil die Rückwand ist direkt an der Rückwand des, oder an der Seitenwand des Fahrzeuges, das heißt, wir kriegen hier hinten keine Luft durch. Es sollte ja eine Zirkulation stattfinden, und zwar mindestens 5 cm, so steht das in der Anleitung drin. Das ist auch bei Malibu hier nicht verbaut so gewesen. Man hat den also direkt an die Wand gebaut, und dort kann auch keine richtige Zirkulation dieser Luft entstehen. Gut, was ist bei diesem Kühlschrank anders? Dieser hat im Prinzip hier unten den Kondensator, dort auf der unteren Seite, hat auch einen Lüfter dort an der Seite, und hier holt er im Prinzip sich die Luft dann ran, gibt die dann im Prinzip auf diese Seite durch, und dann kann die Luft hier hinter dem Kühlschrank nach oben zirkulieren. Und dadurch habt ihr schon alleine eine bessere Kühlleistung, weil wir sind im Prinzip in der Mitte des Fahrzeuges, und in der Mitte des Fahrzeuges sind ganz schnell 20 Grad weniger. 20 Grad weniger heißt auch viel, viel bessere Leistung. Und der Kompressorkühlschrank muss nicht die ganze Zeit wieder anlaufen. Ja, wenn ihr sozusagen noch richtig gewieft sein wollt, und nochmal richtig Leistung aus dem Gerät rausholen wollt, müsst ihr auf diese Seite, wir müssen da euch mal gleich ein Foto zu einblenden, dort ist im Prinzip der Lüfter, der das Ganze ansaugt, und wenn man dort dafür sorgt, dass man dort einen Schlauch aufsetzt, der dann im Prinzip irgendwo hinführt, wo es kühler ist, also wo er sich kalte Luft ansaugen kann, dann haben wir im Prinzip die optimalste Leistung. Das Ganze war jetzt natürlich relativ technisch, also relativ, ein Experte bin ich nicht, also seht es mir bitte nach. Ich will euch nochmal darauf hinweisen, wenn es bei euch Probleme gibt mit der Kühlleistung, oder wenn ihr denkt, dass der Kompressorkühlschrank sehr, sehr viel Energie verbraucht, entweder, dass ihr das messt und guckt, wie viel hat er denn über 24 Stunden an Verbrauch gehabt, das kann man einerseits feststellen, oder halt, ihr schaut euch einfach an, dass der andauernd vielleicht läuft, oder der Kühlinhalt ist nicht so kalt, vielleicht auch, weil kein Eis zum Beispiel richtig entsteht, dann müsste man sich mal auf den Grund gehen, warum das eigentlich so ist. Es kann halt also sein, dass euer Kompressorkühlschrank nicht richtig eingebaut ist. Ich habe gesprochen davon, dass man hinten natürlich Zirkulationsluft lassen muss, das heißt, ihr müsst dort 5 cm mindestens an Abstand zur Rückwand haben, damit die Luft schön zirkulieren kann, also die warme Luft auch abgegeben werden kann. Und das Zweite ist halt, ihr müsst mal schauen, wo der Kondensator, nein, jetzt habe ich es wieder, glaube ich, falsch, der Verdampfer sitzt, und zwar, wo der Verdampfer sitzt, wo ihr dann im Prinzip, ja, der in diesem Fahrzeug oder in diesem Kühlschrank verbaut ist, ob der auch optimal gekühlt wird. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann habt ihr genau diese Probleme, die wir auch haben. Was wir jetzt machen, ist eins, wir werden jetzt schauen, dass wir unterhalb des Kühlschrankes, da haben wir ein Fach, das müssen wir euch dann auch nochmal gleich einblenden, und von dort aus versuche ich jetzt kühle Luft herzuholen. Dieses Fach ist in der Regel im Sommer relativ kühl, warme Luft steigt nach oben, kühle Luft sinkt nach unten ab, und wir versuchen also von hinten so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so einen Schlitz zu machen, wo dann im Prinzip eine Aussparung ist, wo er dann sich von unterhalb ein bisschen mehr Luftzirkulation ziehen kann. Und das müssen wir jetzt in dem Fahrzeug dann sozusagen verbauen, oder im Prinzip dann nochmal dafür sorgen, dass das vernünftig ist, dass dieser Kondensator auf dieser Seite vernünftig gekühlt werden kann. Ja, und das war schon das ganze Geheimnis. Wenn ihr darauf also achtet und ihr dann im Prinzip euch danach auch einen Kühlschrank aussucht, das ist auch egal welche Größe, dann habt ihr den optimalen Kühlerfolg. Ach, eins noch, wenn ihr euch einen Kompressorkühlschrank von Wemo kauft, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Kompressoreinheit komplett einzeln zu kaufen. Das heißt, sie ist getrennt von dem Kühlschrank und wird nur mit Leitungen angeschlossen. Dort gibt es Schnellverbinder, auch im Zubehör von denen. Ihr könnt auch mit denen telefonieren, die sind super nett und sehr, sehr kompetent. Und wenn ihr diese Kühleinheit, also woanders hinbaut, zum Beispiel unterhalb irgendwo im Fahrzeug, wo es viel kühler ist, dann habt ihr auch die bessere Kühlleistung. Natürlich muss bei euch der Platz dafür ausreichend sein. Diesen haben wir bei uns in unserem Malibu nicht. Und deswegen haben wir uns für das Komplettgerät entschieden, wo der Kompressor mit dran ist. Unser Kühlschrank ist dementsprechend von den Maßen her genauso groß wie dieser Kompressorkühlschrank, der den extra Kühler hat. Aber inhaltstechnisch haben wir halt 5 Liter weniger. Also 85 statt 90 Liter, was für uns vollkommen ausreichend ist. So, und zum Abschluss nochmal, wenn euer Kompressorkühlschrank also nicht so funktioniert, wie ihr denkt, dass er funktionieren sollte, dann fragt doch mal bei eurem Händler nach, wo denn der Kompressor verbaut ist. Und fragt ihn einfach mal, ob er den optimalen Platz hat. Oder geht halt selber auf die Suche, wo der Kompressor selbst ist, also der Verdampfer. Wenn ihr also das herausgefunden habt, müsst ihr dafür sorgen, dass ihr genügend kühle Luft für die Abkühlung des Kondensators, Entschuldigung, des Verdampfers habt. So, das soll es jetzt hier auch gewesen sein. Genug technische Frickel-Frackel-Aktionen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal, das kostet niemanden was. Und da sind wir natürlich immer sehr dankbar. Und ansonsten sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Alles Gute, passt auf euch auf. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017